Yoho meine lieben Freunde, Willkommen zurück zu The Secret of Monkey Island. Mein Name ist die Elena R. Und wir haben gerade das Fechten beigebracht bekommen von einem Duke Nuke im Verschnitt. Und jetzt werden wir uns mit den dreckigen Blutrünstigen und hässlichen Piraten anlegen, die uns über den Weg laufen. Einfach so. Gebrauchtschiff, Bazaar, Haus, Brücke, Zirkus, kommt her. Kommt nur, wenn euch traut, ihr lauseres Packen. Verdammt. Werde ich hier auf euch warten. Na ja. Geh mal aus dem Weg oder ich schneid dich durch. Schneid dir durch, was? Ähm. Mein Name ist Guybrush Threepard und du bist des Todes. Düm, düm. Ähm. Mein Schwert wird dich ausspießen wie einem Schaschlick. Dann mach damit nicht rum, wie er mit einem Staub wedeln. Oh, er hat es uns gegeben. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Ähm. Noch können wir noch... Noch können wir nicht so viele gute Sachen. Ich sehe schon. Ich schaudere, ich schaudere. Wir haben noch nicht so viel. Mein Schwert wird dich ausspießen wie ein Schaschlick. Oh, darum wissen wir die Antwort. Dann mach damit nicht rum, wie mit einem Staubwedel. Jetzt kriegst du es wieder zurück. Bam, 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 bam. Ähm. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Das kommt ja ein bisschen mit, Kuh. Ich bin besser als du. Ha! Konter! Jawohl! Junge, bist du hässlich. Alleine der Versuch, mich so zu beleidigen, ist beleidigend. Der war gut. Scheiße. Zu gut. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ich will noch mehr. Kämpf mit mir. Ich liebe das. Ja, zwei auf Amma. Geh mal aus dem Weg oder ich schneide dir durch. Ähm. Ja, ich bin Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Bäm. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Ich bin besser als du. Das war eine dumme Antwort. Ha! Was für ein Schwächling. Was? Bessere fällt dir nicht ein. Mein Schwert würde ich aufschließen wie ein Schallfleck. Ja, das kennen wir auch schon. Dann mach damit nicht rum wie mit einem Staubwedel. Ja, das muss ich ja nicht wohl immer vorlesen, wenn die Sätze sich wiederholen, oder? Ähm. Du schimpfst dich ein, Piraten? Alleine der Versuch... Ja, blablabla. Ach, kenne ich schon. An deiner Stelle würde ich mir... würde ich zur Landratte werden. Ach, kenne ich schon. Eine passende Antwort haben wir ja nicht. Wie passend, du kennst mir eine Kuh. Äh, wie unpassend. Ja, da. Das wusste ich. Wo ist mein Schwert? Egal. Kommt alle. Kommt her. Schneid dir durch. Der sieht aus wie Asterix. Ähm, blablabla. Wir müssen etwas Training haben für die Schwertmeisterin Carla, die in Portugal mit Duke Nukem zusammen gekämpft hat. Ähm, blablabla. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Hattest du nicht... Hattest du das nicht vor kurzem getan? Also, ein guter Konter. Das merke ich mir. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Ja. Ja. Hattest du das nicht vor kurzem getan? Das wurde wunderbar, liebe Antwort. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Als wie du. Ähm, ja, blablabla. Ne. 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 Da wer geht nicht zu ein. Wir haben ja noch nicht so eine wirklich gute Auswahl. Und wir haben schon wieder verloren, aber irgendwann kommt der Tag und dann werden wir gewinnt. Die kommen immer alle an. Dimitri 라는 Me天 1. Wir alten Piraten anzuhalten ist nicht ungefährlich. Die sind auch so eine Frau. Eine ziemlich hässliche Frau. Ehm. Eine ziemlich hässliche Frau. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Oh, das war gut. Das war schon gut. Jeder hier kennt dich doch als den unerfahrenen Dummkopf. Hat nicht so gute Sachen. Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Gehirn. Wir haben nichts. Wir haben einfach nichts. April, April. Kommt alle her. Das ist die hässliche Frau ohne Perücke. Du Transvestit! Ähm, ja, ja. Kennen wir ja schon. Dann kämpft mal. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kamp... Kamp... Ich bin besser als du. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Ich bin besser als du. Ah, ich glaube, wir gewinnen diesmal. Ich hatte mal einen Hunden, der war klüger als du. Oh ja? Ah, wir haben gewonnen! Ich gebe auf, du hast gewonnen! Der war ja aber wirklich keine gute Herausforderung. Ah, hoffentlich ist es wichtig. Ja, ich will kämpfen. Kämpfe! Ich hatte mal einen Hunden, der war klüger als du. Hallo, ihr sollt mir gute Sprüche beibringen und nicht gegen mich verlieren. Ja, 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 ja. Ach, die sind doch langweilig, die können ja gar nichts. Die können ja alle nichts! Was für ein Loser. Ich hatte nicht gerade schon. Das wird hier eine reine Wir lernen Schwertkampf-Folge. Ich könnte jetzt schon wegklicken, glaube ich. Ähm, an deiner Stelle würde ich zu Landrat werden. Oh, nein. Er kann schon besser kontern. Dann hör mal. Stimmt doch in hartem Kampf. Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Dim 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 dim. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Ja, hm. Schau doch, ich schau doch. Zack, verloren. Ah, gut. Wenigstens haben wir einen neuen Spruch gelernt. Da ist schon wieder die extrem hässliche Frau. Oder das ist ein Kopftuch. Aber ich glaube mal, das sollen Haare sein, oder? Oder beides. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es hässlich. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Vielleicht solltest du es endlich mal benutzen. Kattus. Very good counter. Trägst du immer noch Windeln? Hattest du das nicht vor kurzem getan? Hey, das war ein guter Konto. Willst du sagen, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Jeder kennt dich doch als den unerfahrenen Dummkopf. Oh ja? Ha. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Och, bevor sie deinen Atem riechen. Nein, er hat mich gebetscht. Ach, sowas ärgerlich ist aber auch. Wir müssen noch ein bisschen üben. Du Dreckschrubber. Ich zeige dir gleich, wer mit dir den Boden aufwischst. Kannst du deine Zähne im Taschentuch nach Hause tragen? So, warte mal. Am-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Trägst du immer noch Windeln? So, die könntest du viel R gebrauchen. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Tja, was soll man darauf antworten? Oh ja, keine Ahnung. Die Frage müssen wir uns noch rausfinden. Ja. Ja. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ich weiß gar nicht mehr, was hier alles abgeht. Ähm, Moment, ich guck noch mal kurz. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Verdammt! Ah, warum hab ich verloren? Nee, ein Kampf noch. Oder zwei. Oh, hallo Nasenbär. Du bist das Todesnasenbär. Sieht aus wie der von Kesslers Knigge. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Und du wirst deine rostige Klinge nie wieder sehen. Ah, du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Ich glaub bald haben wir alle Antworten. Am, 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 am. Vielleicht solltest du es dann endlich mal benutzen. Ich liebe diese Wortgefechte. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Verdammt. Gib mir darauf eine Antwort. Oh Gott. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. Naja, das ist wirklich gut. Mein Name habe irgendwie sich schon auf einen Haken. Ich glaub wir haben alle Sachen zusammen. Das könnte sein, das könnte sein. Willst du mich mit deinen Geschwafeln ermüden? Na gut, ich habe verloren. Hoch, gut und zurück. So. Wir werden erstmal wieder zurück gehen. Und dann würde ich sagen, wir haben erfolgreich den Schwertkampf trainiert. Und wir werden uns das nächste Mal wahrscheinlich mit der Schwertmeisterin Carla messen. Ich hoffe ihr seid dann das nächste Mal wieder dabei. Wenn es heißt, let's play Monkey Island. Yay. Bis zum nächsten Mal. Eure Lindsch und Renner und ich tschüss.